das kann man nur mit 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 dem Lava Becken das geht nicht mit diesen doch ja stimmt ich wollte sicher nicht dass wir hier noch sterben weil items in Lava die überleben nicht lange pass auf ich komme jetzt erst mal zurück ja und ich habe jetzt nämlich einiges an Eisen und so ich kann jetzt auch eine Eisenspitze Hacke machen hier ist auch wieder eine Frage was zu Kindheitsgeschichten passt was ist das dümmste was wir in deinem Leben getan es gibt so viele Dinge die ich in meinem Leben gemacht habe wo ich im Nachhinein dachte alter Schwede aber es ist was klar aller peinlichste meinst jetzt so lass mich erst mal überlegen aber da bist du okay ist da unten nichts mehr was war ich ein Mini-Zombie da oben oben aber nicht kurz ja der rennt gerade übelst durch die Gegend hat keine Ahnung da kommt kommt wer jetzt noch ein bisschen weiter läuft dann rennt er in Lava rein und weg ist er hier unten geht es weiter aber in so viele Richtungen als er war bei uns kurz das ist das ist das jetzt ich muss jetzt auch ohne mehr kurz in der Spitzhacke Kraft aber ich mache mir wir machen uns jetzt hier kurz ein zweites Lager das wäre die zweite Möglichkeit könnten wir machen können wir vielleicht mal eine Aufnahme Pause mal kurz einlegen musst du auf Pipi musst du Pipi machen oder nein aber mal zehn Minuten zur Entspannung ich bin hier ganz ne und ich nass geschwitzt nein ähm boah alter ich habe keinen Plan wo es mehr lang geht ey zu trinken besorgen und sowas und äh ja könnte man machen pass auf dann hilf mir doch ganz kurz mit unsere erste Station zu finden ja dann machen wir ganz kurz mal eine zehnminütige Aufnahme Pause bis 15 würde ich sagen aber hilf mir doch mal ganz kurz mit wir müssen erst noch mal weißt du ich hab bloß keinen Plan wo es lang geht ja ich auch nicht es ist professionell wieder hier kam ich und von hier kam ich glaube von hier kamen wir ja hier ist unser Lager alles klar ja dann brauche ich jetzt ganz kurz noch mal das Lager ein bisschen dass man das besser erkennt ja gut dann äh mal verabschieden wir uns jetzt erstmal für euch Leute wir für euch geht es dann sofort weiter für uns eigentlich auch da wir heute jetzt einen fetten Aufnahmetermin haben äh ich würde sagen wem es gefallen hat die bisherige Season da gibt ein Daumen da auf dem Daumen nach oben werde ich euch loben ja Leute äh was kann man denn noch zu sagen was man auf jeden Fall noch sagen muss also ist auf jeden Fall äh schön dass ihr eingeschaltet habt falls ihr dieses Video seht bis jetzt am nächsten Tag wieder bis dahin hat sich wieder gestartet Freunde kann ich die Uhr morgen sind das ich willkommen zurück zu einem neuen Let's Play vor allem Minecraft Season 2 aus der aus der Sicht von Praxen ja Baumburg-Rasenmäher-Action wir befinden uns gerade für die einfach letztendlich hat um kurz das Video zu disleiten du bist dümmer als der Toast ey na gut wenigstens bist du in der Höhle gespawnt ah Gott das geht ja schon wieder toll los ja es wird grad Nacht ich muss mich beeilen GameMobs 1 kannst du sagen was du willst aber was soll ich denn sagen okay ich beeil mich lieber jetzt wieder um den Back in die Höhle stimmt das auch wirklich dass du das bist äh nein schade na Max da hast du die Hoffnung gemacht ne scheiß ich finde ich mehr zurück in die Höhle WTF klick klick lol was denn meine Sachen hier unten rausholen und meine ganzen XP ey WTF ich finde die Höhle nicht mehr und es wird grad Nacht ach jetzt ok ich hab wieder mein ganzes Zeug Glückwunsch es wäre sonst äußerst ungünstig gewesen hätten wir mein Eisen verloren mh so wo hast du dich ach Gott Max ey ich wurde von Skeletten nach unten teleportiert ja ich wurde von Skeletten nach unten teleportiert das ist doch gleich du wurdest wie frei wird abgeschossen das wäre jetzt so einfach ja Gott Skelett bitte nicht Mr. Skellington sterben sie und das bemerkt man das läuft einfach an mir vorbei klar Skelett one hit kill oh hier geht's weiter in die Höhle ey wartest du mal ganz kurz auf mich ich beseitige schon mal die Mini-Zombies ja wo bist du jetzt bei welchem Stück oder gegenfrage wo bist du überhaupt gerade lang gegangen du müsstest jetzt meinen Namen sehen äh wo da müsstest irgend also ich seh deinen ja wo genau vor mir äh ich hab kein hier hier ah jetzt ich seh den ich seh wo du bist aber da muss ich mich erstmal wieder hinbauen okay ich bin da nicht da runter sondern hier runter äh lass dir erstmal eine ordentliche Treppe runterbauen gleich ja okay ich hab gleich vergessen wo wir waren Gott erst runter oder erst hoch erst runter au au wer lol lol da was der ist irgendwie Silberfisch oder was das auch ist und der hat mir richtig hart einen mitgegeben okay ich glaube in dieser Höhle haben wir noch länger Spaß ja ich muss dann erstmal zurück zur Base und mir mal eine Eisenspitze und mir mal Eisenspitze erkennen äh wenn du willst kann ich dir jetzt eine geben äh wäre sehr nett und äh außerdem bräuchten wir Stöcke weil ich hab keine mehr ja Stöcke ist halt das Problem wobei die nicht das Problem eben ich hab jetzt Moment Moment gib mir mal gib mir den Hacker Moment kurz ich brauche Kohle 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 ey wieviel Stöcke brauchst du Kohle 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 ja hier und die Spitzhacker ne ne geh du erstmal zurück zur Base da dürfte noch ein bisschen Eisen sein und mach du das mal und wenn warte mal ganz kurz warte noch ganz kurz warte 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 Max Max kommt zurück kommt zurück ich habe noch neun Eisen für dich gut Dankeschön ich schmelze gleich mal wenn ich jetzt sterbe wäre halt nicht so wenn ich so schlimm für die Mini zum ist ja schon wieder an kackieren ich um Schnetzel dann gleich meine Eisen Zeug noch mit dem Ofen naja kein Ding mach nur ich brauche es inzwischen weiter Tata 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 so jetzt war ich erst mal mit Fackel das ist immer irgendwie so dass ich immer in einem Let's Play auf Riesenhöhlen treffe ja das ist einfach immer so immer die Riesenhöhlen ja Riesenhöhlen sind aber gar nicht mehr so selten in Minecraft finde ich früher war das wirklich selten halt aber jetzt so ich mach mir drei Eisenspitzhacken ja macht das weiter für den Rohstoffen können wir erst mal übers längere hinkommen als wir doch lebend rauskommen natürlich das kriegen wir hin ich mit meinen Cheats also sagen wir es nur wir haben jetzt Kohle im Überfluss wenn das auch bloß nur so im realen Leben für mich wäre das haben wir auch im anderen Projekt von alles und ich würde übrigens gern dieses Projekt nächste Staffel auffrischen und dann mit mehreren anderen Let's Playern noch zusammen das gerne machen mit dem denn alles und das weiß ich jetzt noch nicht aber ähm wäre ungespielt ähm äh ne und ähm äh so machen dass da halt jeder aufnehmen kann wenn man möchte und halt einen einen Server halt machen ne wo alle einfach spielen wenn sie wollen und das fertig beim bei wir wollten ein 4-etagiges äh Megalager bauen mit automatischen Brennanlagen und allem drum und dran aber leider ist das so wenig Gelände und wir hatten Unmengen Kohle und Stein jetzt haben wir weder genug Stein noch Kohle wieso Kohle ich hab jetzt hier schon mein dritten 64er Stack inzwischen ich sag bloß in dem anderen Projekt war es so dadurch dass wir dafür viel Cleanstone brauchen wir haben einen ganzen U-Bahn Schacht ausgehoben ne und den ganzen Stein den wir dort hatten den haben wir aufgebraucht nur um erstmal den Boden um den Grundröst auszufüllen damit für was für dieses riesen Megalager ach so im anderen Projekt nur damit du Bescheid weißt sagt nie du hast Kohle überfluss oder Stein ja das wäre bestimmt noch lustig geworden deshalb würde ich das gern nächste Staffel nochmal aufgreifen so sozusagen Megaprojekt weißt du ja aber ich bin jetzt gerade bei aber ohne mal zwei war es also ja da wo du vor dem Maas warst Max ich bin jetzt inzwischen am Ende angekommen ich hab noch mal eine ergiebige Kohle Ader aber das war's auch gut aber man findet immer noch was neues hier ne ja sonst da wo Granit ist das sieht es meistens so aus das geht so noch irgendwo hin weißt du was ich auf jeden Fall noch in dieser Höhle finden möchte Diamanten sind wir schon auf Höhe 16 ne wir sind auf Höhe 40 dann wird es noch ein bisschen nach unten gehen das ist eine Hexe ich muss sie töten Hexe stirbt bevor du mich verstehst dieses Hexen ja wir wollen das Hexen Hexen ich hab so lange nicht mehr Minecraft gespielt ich hab die Hexe aber sofort getötet weil die können ja mit Gift trinken werfen naja also hier hinten geht's auch nicht weiter ich glaube Max haben dann gleich keine Wahl mehr wir bauen uns dann kurz bei diesem Einschacht wo du vorhin warst drunter ja ich fange dann schon mal an ne ich hab ich hier ist ein Enderman hier ist ein Enderman alt haben hier noch genug einige Kohle vorkommt würde ganz viel Material wie möglich mitnehmen Fack alter WTF ich nehme mal so viel wie möglich mit ich mal als er nicht ich hätte die ganze Zeit diesen Todesschreifung ändern die kommen noch mal her zum Joppa ist noch zum Börsisten bin da ja jetzt noch weiter oh god da ist Eisen mach du das Eisen ich geh dann schon mal weiter da ist ein Huhn und Mini Zombie gleich mitten Leute der Mini Zombie reitet auf den Huhn so das Horrorhuhn habe ich jetzt ab das war sehr falsch verständlich alter hier geht's doch richtig weiter er ist sogar ein Creeper da ist ein Creeper da ist ein Creeper da ist ein Creeper pass auf hier aus um dort sicher warte ganz kurz hast du bisher auch alle Rohstoffe mitgenommen dann Moment ich okay du hast Fackeln im Überfluss hoffe ich mal ich sollte mir ein bisschen rohes Fleisch okay hier war es das was sie hier ist nichts mehr diese Rotten Flash könnte ich noch kurz gucken ich habe nämlich jetzt wieder Hunger da ich auch das war kurz aber halt momentan das Problem wird dann sagen wenn wir hier raus sind sollten wir anfangen Weizen oben anzubauen ja ja sollten wir hier ist nichts mehr weil ich habe immer so diesen Bedarf Kohle zu essen Prozent er sei dass Leute der Typ kann sich's halt leisten ich meine ich war mir lass mal hier zu machen so nur zur Sicherheit hier ist ein Sehen ein Sehen so hierbei die Lava müssen wir uns jetzt hier und herren Leichter ist unter Obsidian entstanden ne nur Koppelstern aber da müssen wir sich runter bauen weil da gibt es ja wasser für eine Läufer gingst hier lang noch mal kommen wir runter surfen ich surfe da mal runter ne alter ich sehe bei dieser Höhle schon nicht mehr durch ich auch nicht ich drehe mal kurz Wasser ab ne war nicht sonst kommen wir nämlich nicht mehr hoch also ich höre ein Zombie rumkrankieren nur damit ich das Alter 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 Riesenhöhle Riesenhöhle Warte mal kurz auf mich ich möchte bloß mal schnell hier das Eisen noch abbauen dann lass ich was auch machen was du denn dreh jetzt mal doch lieber das Wasser ab dann baue ich uns kurzen Weg nach oben nachdem ich diese gigantische Kohle diese wieder diesen Kohlenverrat ausgebaut habe nicht lass das Wasser laufen hier ist da sind wir dann schneller wieder oben das geht ja noch mal richtig richtig weit runter ich baue grads neben Eichel und ich habe kein Schwert mehr nachdem Mainz dann kaputt ist willst du ein Eisenschwert hast du zwei ne nur eins dann nimm du das erst mal du bist mir dabei ich habe ich muss mal ganz kurz gucken aber ich hab noch ein Steinschwert ist es noch voll Prozent halb ganz mit Russland geben wenn es ja Prozent 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 hier es darf grad ein bisschen weiter nach hinten da muss schon aufnehmen und jetzt will ich mal sagen ab zum Zombie Alter wie weit geht das denn noch ich glaube wir finden immer noch Diamanten als er erst mal den ganzen Scheiß aus hier sind sie gehen aber braucht man Diamantspitze um den Scheiß abzubauen ich dreh's Wasser an ey Max na nur mal so für den Nether brauchen wir dann ja wirklich Unmengen an äh diesen richtig guten Stein also den wir hier auch gerade abbauen diesen blöden Scheißstein das heißt wir brauchen noch A richtig richtig viele äh weiße ähm ich hab hier sowas Grünes gefunden was ist denn das Emerald ist das was wert ja damit kannst du mit Village und Handeln nice äh ich hab Eisen gefunden ich hab Eisen gefunden ich baue mich grad über den Lavasee da hinten ist ein Fledermaus und meine Eisenspitze hat auch bessere Tage gesehen ey Lavasee aber da ist nicht viel los das glaub ich wieder zurück ich hab mir noch Rotstein wollen wir irgendwas mit Pistens machen weil ich hab mir Rotstein ja hab ich auch grad gefunden Redstone ja am besten ja ich baue sehr gerne mit Redstone ne gut solange du damit auch klarkommst ich hab jetzt erstmal mehr als genügend für dich ich sehe schon ich sehe schon ich sehe schön Vielen Dank.